Tja Hönchen, dann bist du ja auch wieder. Jetzt kann ich mich mal kümmern, heute Morgen hatte ich einfach keinen Bock. Da wart ihr ja schon um, ach was weiß ich, wann war es denn, halb sechs. Habt ihr einen Krach gemacht, an die Scheibe geklopft. So, magst du Nüsschen? Wo bist du denn? Über mir, ne? Ah, da oben. Vielleicht mal hier, seitlich. Das ist so schön, wenn ihr um die Ecke guckt. Tja, komm, trau dich. Nee? Ja, jetzt klappt das. Ui, das war ja ein Satz. Meine Güte, willst du es hier wieder haben, hä? Ja, sieht so aus. Ah, du warst doch nicht so oft hier. Du bist sowas von vorsichtig. Hm, 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 hm. Na komm, trau dich. Siehste. Ach, jetzt weiß ich auch warum. Du bist vorsichtig. Da ist noch einer unterwegs. Wo bist du denn? Ach, du bist hier schon. Ich hab dich gar nicht gemügt, gar nicht gehört. So, hast du auch eine Nuss. Und jetzt kloppt euch nicht, okay? Ihr habt nämlich beide eine schöne Nuss. Da seid ihr doch zufrieden. Ah, das andere Hörnchen ist schwarzer Schwanz wie du, aber das ist eine ganze Ecke roter. Na, das ist ja fein. Ihr seid weniger geworden, ne? Ich schätze mal, ich schätze mal vor drei Monaten, vier, waren hier bestimmt, ich weiß es nicht, 20. Man kann euch ja schlecht auseinanderhalten. Es sei denn schwarz mit roten Füßen. Lustig wäre mal ein rotes, mit schwarzen Schuhen. Vögel haben sie jetzt auch mitgekriegt. Aber ihr habt euch mal schon sattgefressen, ne? Ich bin extra aufgestanden, hab alles voll gemacht. Und wie man sieht, ist schon wieder alles weg. Ja, voll, bleib hier sitzen. Da musst du nicht so weit laufen. Und du sicherst dir den Platz. Hm. Bist ein schlaues Hörnchen, ne? Das andere hat er auch noch. Ja, jetzt hatte ich die Kohlmeise genervt, ne? Es gab ja auch schon, dass die Meisen euch hier vertrieben haben. Da wart ihr so erschrocken, dass ihr abgehauen seid. Und dann habt ihr gedacht, ja, noch eins. Eieiei. Komm hier, großes. So, Meischen. Wollen wir es wieder mal probieren? Gestern hatte ich Besuch von einer Freundin. Und das wolltet ihr nicht so richtig. Aber dann war doch eine Kohlmeise auf der Hand. Und da sind wirklich die Tränen gelaufen bei ihr. Das war schon ziemlich bewegend. Und da sind die Tränen gelaufen. Kleiner Angriff. Aha. Mensch, Kohlmeischen. Du bist ja mutig. Aha. Nun vertrieben. Ich höre das andere Hörnchen. Das nimmt einen Umweg. Na, wo bist du denn? Ach, da bist du. Komm mal hier. Nee? Ja, da bist du natürlich auch da dabei, ne? Klar. Ach, da bist du unten. Tja, Nüssewerfen haben wir ja schon probiert. Das funktioniert nicht. Blau, Meischen. Du bist wieder das Erste. Oder? Nein, diesmal nicht. Oder doch? Oh, die Kamera ist schon wieder so dunkel. Mal gucken, ob ich das mit einem Finger hinkriege. Ah, besser. Noch ein bisschen mehr. Jawohl. Das Scheißding bleibt nicht stehen. Oh, Hörnchen kommt wieder. Und Hörnchen guckt nach unten zum anderen Hörnchen. Ah, tja. Tja, alles wird da leer. Das geht ja innerhalb von, pfff, naja, Viertelstunde. Gerade wenn die Spatzen kommen. Die schmeißen ja alles wieder weg. Die sind ja mit nichts zufrieden. Oh, ich höre Hörnchen. Aha. Tja, muss schon die Rune kommen. Das andere Hörnchen ist schon wieder fertig. Na, wo bist du denn? Ach, dort. Na, komm hier. Es gibt wieder was um die Ecke. Siehst du es? Nein? Ah, jetzt. Ui, jetzt gibt es wieder Zegus. Nein? Hörnchen traut sich nicht. Oh, Hörnchen geht heim. Jawohl, du bist hier der Platzhalter, ne? Im Augenblick. Du bist da ein bisschen größer. Komm, Vögel. Chance. Ui, anderes Hörnchen ist doch wieder da. Ui, jetzt gibt es einen Angriff. Nein? Ich bin ja dagegen, wenn ihr euch streitet. Aber wenn es hier fetzt, dann ist das ziemlich lustig. Wie jetzt zum Beispiel. Oh, jetzt geht es bis runter. Ah. Schlecht drauf zu kriegen. Blätterwürde im Weg. Na, kommt. Vögel. Ihr seid dran. Ihr wisst schon, da muss man sich beeilen, ne? Oh. Hörnchen kommen von der Seite. Komm. Große Nuss. Nein. Das rennst du oben auf die andere Seite. Ah, so unnötig. Ja. Da guckst du. Das muss man hier oben probieren. Oh, das ist der Arm schon fast zu kurz. Och, jetzt ist das andere wieder da. Gell, das willst du nicht, ne? Wo bist du denn? Ach. Bist du schon ganz nah. Da. Mach hin. Das ist schwer. Ja. Ja, das war jetzt der falsche Weg. Ja, wenn das weiter so geht, dann wirst du auch mal böse, ne? Tja, das wird so nichts. Oh, jetzt kommt es schon wieder von oben. Ihr seid so schnell. Ach. Guck an. Komm, hier liegen die Nüsse. Hol dir selber was. Ja. So, der Film ist schon wieder zu lang. Keiner guckt es. Ah, jetzt löst sich es auf. Genug gefressen, jetzt geht es heim. Hinten über den Zaun wahrscheinlich. Mal größer mal, ob ich es draufkriege. Ach. Na komm, hier. Na komm, das andere Hörnchen ist weg. Jetzt kannst du dir was holen. Wenn du dich traust. Ja, siehste. Top. So, das muss jetzt auch mal reichen. Jetzt werden die Vögel wieder gefüttert. Und die Döppen vollgemacht. Tschüss. Gabald.